Einen Song haben wir noch mitgebracht, bevor wir nochmal auf die Klicke drücken, ein emotionsgeladenes Stück Musik von einer fantastischen Band. Crossy hat was Tolles entdeckt heute und zwar, wo hast du es gesehen? Der DeLorean, der original DeLorean. Da hinten steht er aus Zurück in die Zukunft. Kennt ihr den Film? Zurück in die Zukunft. Ein herrlicher Film. Crossy und ich sind Fans. Wenn nicht, dann gucken. Genau, dort steht er. Der DeLorean und deswegen haben wir uns gesagt, auch mal einen Song, was filmisch ist. Und wir haben uns entschieden, für einen Song aus einem Film, den die Frauen nicht abgeneigt gegenüberstehen, und zwar Ghosts. Nachricht von Sam. Kennt ihr den? Ghosts. Nachricht von Sam. Ja, das ist ein ganz, ganz formatischer Film. Und ich würde jetzt viel über den Film sagen, wenn ich ihn schon mal gesehen hätte, habe ich nicht. Aber es bringt einen Song in diesem Film, der ist spitze und den spielen wir jetzt bei euch. Die Rhystis Brothers und die Unchained Melody. Die Rhystis Brothers und die Unchained Melody. It's time to stop Time to stop It's time to stop It's time to stop It's time to stop I can go Lachen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020